Saudac ist ein portugiesisches Wort, was man eigentlich so annähernd mit Melancholie bezeichnen kann. Die ganzen Elemente, die wir in dieser Musik wiederfinden, also das Feuer, die Leidenschaft, die Passion, die Gefühle, die eigentlich sehr nah beieinander sind. Untertitelung. BR 2018 Also ich denke, vor allem das klassische Repertoire, das usuelle Repertoire ist, so oft aufgenommen worden. Also ich denke, es ist immer gut, sich auch mal Wohrendes hineinzuwagen und da probieren, sich da zu Hause zu fühlen. Musik 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 Musik